hallo meine lieben studentinnen und studenten herzlich willkommen zu klimawandel wieso weshalb was tun mit den eiszeiten haben wir diese woche ein richtig richtig spannendes thema auf dem programm wie kam es dazu wie war es damals was können wir für die aktuelle klimaentwicklung lernen losgehen soll es aber mit der frage wie misst man eigentlich so lange zurückliegende temperaturen viel spaß schauen wir uns den erdgeschichtlichen temperaturverlauf doch einfach mal an hier ist so ein bild das zeigt den temperaturverlauf im wesentlichen seit entstehung der erde die x-achse variabel nach links also zu den ganz alten zeiten bis zu 400 milliarden jahre ist gestaucht nach rechts da wo die zeiten näher an der jetztzeit sind ist die skala gestreckt anders geht es ja wohl auch nicht den temperaturverlauf seit der entstehung der erde einigermaßen vernünftig auf einem diagramm wieder zu geben und in der mitte des diagrammes also zwischen unten und oben ist eine große horizontale linie die zeigt so in etwa die aktuelle temperatur an was darunter ist es kälter was darüber ist es wärmer und da sehen wir dass im verlauf der erdgeschichte es meistens deutlich wärmer war als heute im erdaltertum hat das viel mit der entwicklung der atmosphäre zu tun die uns hat auch vor dem einfall von viel strahlung aus dem weltall schützt bis ins erdmittelalter hinein ist die mittlere erdoberflächentemperatur auch deshalb ganz anders als heute weil die kontinente ganz anders lagen vom pern ein bisschen späte trias zum beispiel gab es noch den superkontinent pangea der praktisch alle vorhandenen landmassen vereinte und dann ist es irgendwie auch klar dass dann auch das klima anders war aber überhaupt für uns dürfte die weniger weit zurückliegende klimageschichte viel interessanter sein da sind nämlich die lage der kontinente und die zusammensetzung der atmosphäre im wesentlichen so wie heute unterlassen sich viel mehr rückschlüsse auf die folgen des aktuellen klimawandels ziehen aber bevor wir in der klimageschichte auf ungefähr die letzte halbe million jahre reinzoomen weil eine ganz andere und auch sehr spannende frage woher kennt man eigentlich diese ganz alten temperaturen na und für den zeitraum den vergleich betrachten so die letzten 450.000 jahre ist die sogenannte delta 18 methode die genaueste methode um diese weit zurückliegenden temperaturen als noch niemand ein thermometer herausstellen konnte zu bestimmen und diese delta 18 methode das delta kann man noch als griechischen buchstaben schreiben funktioniert so sie dreht sich um den sauerstoff deswegen das o von diesem sauerstoff gibt es zwei isotope isotope bedeutet so spielarten des sauerstoffs es gibt noch mehr als zwei aber zwei die uns hier interessieren nämlich zuerst mal den normalen sauerstoff der wird als o 16 bezeichnet und 99,76 prozent allen sauerstoffs sind dieses o 16 und damit hat das folgendes auf sich im periodensystem der elemente hat sauerstoff die ordnungszahl 8 und das bedeutet sauerstoff hat acht protonen im kern und acht elektronen in der hülle deswegen die ordnungszahl 8 aber im kern sind natürlich auch noch neutronen die zahl der neutronen ergibt sich aus dieser massenzahl des sauerstoffes 16 und diese atom massenzahl von 16 ist genau die summe aus den protonen und den neutronen wir haben also für die neutrone wir haben also bei acht protonen noch insgesamt 16 minus 8 gleich 8 neutronen übrig wir können diesen atom kann ja mal zeichnen brauchen also insgesamt 16 ich zeichne mal die protonen und neutronen alle nebeneinander in wirklichkeit sind ja so auf einem haufen machen also 16 kreise 16 und von diesen 16 teilchen haben wir insgesamt 8 haben wir insgesamt 8 protonen und 1 2 3 4 5 6 7 8 neutronen und drum herum schwirren noch irgendwie die elektronen werden ja gerne durch solche bahnen irgendwie eingezeichnet können wir ja auch mal machen aber die sind ja egal und dann gibt es noch ein zweites isotop und dieses zweite isotop ist das o 18 und o 18 ist beim natürlich vorkommenden sauerstoff sehr viel seltener ungefähr 0,20 prozent des natürlich vorkommenden sauerstoffes gehören zu diesem isotop o 18 und dieses isotop 18 hat ebenfalls die ordnungszahl 8 wenn die ordnungszahl weniger oder mehr als 8 betragen würde wäre es nämlich nicht sauerstoff bei 7 wäre es stickstoff bei 9 wäre es flur wir haben also ebenfalls 8 protonen und 8 elektronen im o 18 aber weil die massenzahl 18 beträgt bleibt für die neutronen gleich massenzahl minus anzahl der protonen 18 minus 8 10 übrig wir haben also zehn neutronen wenn wir da das atom mal ein bisschen skizzieren wollen bräuchten wir also insgesamt 18 kleine kreise insgesamt acht rote und zehn grüne kügelchen und drumherum schwirren natürlich wieder acht elektronen ja dieser unterschied zwischen o 16 und o 18 worin äußert sich der eigentlich na der könnte sich doch in den chemischen eigenschaften äußern tut aber nicht denn chemisch sind bei die isotope praktisch gleich denn für die chemischen eigenschaften ist im wesentlichen nur die äußere elektronen hülle zuständig und elektronen haben wir gleich viel bei o 16 wie o 18 also sind die chemischen eigenschaften bei der isotope großes i übrigens praktisch gleich aber das gewicht ist natürlich unterschiedlich o 16 ist leichter o 18 ist schwerer und dieses unterschiedliche gewicht von o 16 und o 18 hat auswirkungen auf den schmelzpunkt und den siedepunkt dieser beiden isotope da gibt es nämlich einen allgemeinen trend bei leichten stoffen ist der zusammenhalt zwischen den einzelnen atomen oder molekülen oder was auch immer nicht ganz so stark weil eben die massenanziehungskräfte nicht so groß sind und deswegen schmelzen sie schon früher und sieden auch schon früher sie haben also einen niedrigeren schmelzpunkt und ebenfalls einen niedrigeren siedepunkt was bedeutet das denn für o 16 und o 18 o 16 ist sozusagen lieber gasförmig als flüssig setzen das mal in anführungsstrichen ist ja so ein bisschen eine vermenschlichende formulierung und o 18 ist genau andersherum lieber flüssig als gasförmig was bedeutet das denn wenn der ein stoff lieber gasförmig als flüssig der andere lieber flüssig als gasförmig ist nun o 16 ist lieber gasförmig als flüssig das bedeutet es verdunstet schneller wenn es einmal verdunstet ist also gasförmig was bedeutet ist das dann für o 16 und o 18 o 16 ist ja lieber gasförmig als flüssig das heißt es regnet später ab und für o 18 gilt natürlich genau das gegenteil es verdunstet schwerer ist ja nicht so gerne gasförmig und weil es lieber flüssig ist kondensiert deshalb auch früher und regnet früher ab wir skizzieren das mal so hier haben wir also den weg des wassers von süd nach nord wie es verdunstet und nachher wieder abregnet da haben wir im süden ein tropisches meer aus dem sehr sehr viel wasser sehr gerne verdunstet das tropische meer hinzeichnen und weil das ein tropisches meer ist scheint da auch sehr stark die sonne drauf naja und was passiert dann das wasser verdunstet und weil ja o 16 viel lieber verdunstet haben wir beim verdunsten viel o 16 und wenig o 18 wobei das viel und wenig so zu verstehen ist das sind keine absoluten werte sondern vergleichswerte zu den normalen werten zu 99,7 prozent o 16 und 0,2 prozent o 18 also viel o 16 bedeutet mehr als 99,7 prozent wenig o 18 weniger als 0,2 prozent o 18 so und dann ist also das wasser verdunstet und dieses wasser enthält mehr o 16 als normal und weniger o 18 und wenn es verdunstet ist ist es irgendwie ein wasserdampf und es zieht nach norden und da wird die luft kälter und irgendwann kondensiert der wasserdampf zu wolken die wolken werden immer größer und irgendwann regnet es dann aus diesen wolken raus ein bisschen was regnet schon in den gemäßigten breiten der rest regnet in den polaren breiten ab und so und jetzt malen war unter die beiden wolken jeweils zwei regentropfen der eine gilt für 16 also der eine gilt für wasser mit 16 der andere für wasser mit 18 und wir überlegen uns wo denn viel und wo wenig 16 beziehungsweise 18 drin ist im regen in die gemäßigten und in den polaren breiten wir hatten ja gerade festgestellt wo 18 regnet früher ab also regnet 18 bereits in den gemäßigten breiten ab wir haben also hier einen großen regentropfen für 18 und einen vergleichweise kleineren regentropfen für 16 wenn aber bei der entstehung der wolken insgesamt viel 16 und vergleichsweise wenig o 18 beteiligt ist und jetzt regnet in den gemäßigten breiten vergleichsweise viel o 18 ab was bleibt dann auch in den wolken natürlich besonders viel o 16 und dann haben wir den polaren breiten wenn dann schließlich der rest abregnet haben wir hier viel o 16 und wenig o 18 hier noch mal der hinweis viel und wenig bedeutet im verhältnis zu den natürlichen prozentsätzen wenn er also steht wenig o 16 viel o 18 bedeutet das nicht dass wir absolut gesehen mehr o 18 also 16 haben der quatsch wird nie passieren aber wir haben halt weniger o 16 als 99,76 prozent und mehr o 18 als 0,2 prozent und das kann man auch tatsächlich so sehen in nordamerika ist das am besten zu sehen denn da ziehen die tiefs gerne aus der karibik richtung norden und der regen in florida hat tatsächlich eine andere zusammensetzung als der regen in kanada ja wie nutzt man dieses prinzip dass sich die o 16 und o 18 gehalte je nach der temperatur ändern wie nutzt man das aus was für welche o 18 gehalte bestimmt man denn um auf eben die temperaturen zurückzuschließen am häufigsten macht man das mit kalkschalen von sogenannten foraminiferen und damit hat es folgendes auf sich hier vorne haben wir so ein bild von foraminiferen das ist ein elektronen mikroskopisches bild denn diese foraminiferen sind sehr sehr klein das sind einzellige lebewesen die mehr leben braucht man starkes mikroskop um die zu beobachten und das entscheidende an diesen foraminiferen ist sie haben eine kalkschale kalk co3 enthält also sauerstoff und diesen sauerstoff entnehmen die foraminiferen dem meer das heißt der o 18 gehalt zurzeit als diese foraminiferen gelebt haben bildet sich in den kalkschalen der foraminiferen ab die kalkschalen der foraminiferen die zersetzen sich nicht gleich beim tod dieser foraminiferen die kann man auch hunderttausende von jahren später analysieren und deswegen kann man aus dem o 18 gehalt der kalkschalen foraminiferen auf die temperatur zurückschließen und das geht so wenn wir also eine eiszeit haben in einer eiszeit gibt es mächtige eisschilder auf den kontinenten und in denen ist natürlich viel wasser gebunden was bedeutet denn das für das meer nun das eis auf den kontinenten ist irgendwie aus dem meer gekommen über die wolken da hingegangen da haben die abgeregnet oder haben geschneit und dann hat sich das mit der zeit zu eis kompaktiert gucken wir uns noch mal auf dieser grafik an was das für den wassergehalt der meere und für den kalkgehalt der schalen der foraminiferen bedeutet in einer eiszeit verdunstet auch wasser aus den tropischen meeren das regnet dann irgendwie beim land ab fließt aber nicht wieder zurück ins meer weil es ja dann als eispanzer auf dem kontinent verbleibt und wenn halt viel o16 verdunstet und nicht mehr so viel zurück fließt bedeutet das dass die meere in eiszeiten vergleichsweise weniger o16 haben und vergleichsweise mehr o18 und das gilt dann natürlich auch für die kalkschalen dieser foraminiferen weil die ja eben dieses isotopen verhältnis in ihren kalkschalen abbilden so plus minus eine million jahre kann man mit dieser delta o18 methode recht gut die vergangenen temperaturen rekonstruieren